Der Energieverbrauch eines Pumpensystems macht bis zu 90% der gesamten Lebenszykluskosten aus. Der Anstieg der Energiekosten stellt bei der sorgfältigen Dimensionierung eines Borloch-Systems eine größere Herausforderung dar als je zuvor. Mit dem Franklin Electric High Efficiency System können Sie die Energiekosten im Vergleich zu Asynchronen Pumpensystemen um bis zu 21% senken. Das High Efficiency System enthält den Franklin Electric Permanent-Magnetmotor mit deutlich verbessertem Wirkungsgrad und insgesamt geringerem Energieverbrauch im Vergleich zu einem Standard-Asynchronmotor. Das Design des Permanent-Magnetmotors eliminiert elektrische Rotorverluste, was zu niedrigerem Motorstrom, verbessertem Teillastverhalten und geringerem Temperaturanstieg führt. Sparen Sie Energie mit dem Franklin Electric High Efficiency System.